Abschied von einem Nobelpreisträger. Professor Bert Sackmann, der 1991 zusammen mit Professor Erwin Neher, hier rechts im Bild, den Nobelpreis für Medizin erhielt, wurde mit einem internationalen Symposium in den Ruhestand verabschiedet. Seine Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg hatten Wissenschaftler aus aller Welt eingeladen, die in Vorträgen das Werk von Bert Sackmann würdigten. Eine kleine Ausstellung über Leben und Wirken des Nobelpreisträgers rundete die Veranstaltung ab.